Wir sind wirklich unglaublich kraftvoll, mächtig, wir sind handlungsfähig, wir haben unglaubliche Potenziale. Diese drei Punkte schwächen dich. Sie verhindern, dass du nicht in deine Kraft kommst. Das sehe ich in den Coachings immer wieder. Punkt Nummer eins, die Verantwortung außerhalb von dir. Der ist schuld, der hat es gemacht, ich kann ja nichts tun, die Regierung und und und. Die Situation, die aktuelle Situation. Somit sind wir in einem Opferdasein. Wir können nichts tun. Wir können nur warten. Warten, bis die anderen etwas verändern. Das dauert in der Regel sehr lange. Wenn wir die Verantwortung wieder selber übernehmen für unsere Situation, für das, was jetzt ist, dann werden wir aktiv. Dann kommen wir sehr schnell raus aus diesem Opferdasein, raus aus der Handlungsunfähigkeit, rein in unsere Kraft, rein ins Leben. Wir haben offene Augen, wir haben griffbereite Hände, wir backen an. Wir wissen, was zu tun ist und wir spüren unsere Intuition idealerweise. Punkt Nummer zwei, Negativität gegen sich selber. Und das ist die Frage, was denke ich über mich? Denke ich sehr klein über mich? Denke ich, andere sind größer, besser als ich? Hebe ich andere auf eine höhere Stufe als mich? Hebe ich vielleicht mich auf eine höhere Stufe als andere? Fatal. Egal, ob man andere oder sich selber auf eine höhere Stufe stellt. Hebe alle, dich selber und andere, auf die höchste Stufe überhaupt. Schöner könnte man es nicht ausdrücken. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind Geschöpfe der Natur. Wir sind wirklich unglaublich kraftvoll, mächtig. Wir sind handlungsfähig. Wir haben unglaubliche Potenziale. Wenn du jetzt denkst, was ist denn mein Potenzial? Dann denk nicht zu klein, weil unser Denken denkt in der Regel fünf Prozent von unserem Potenzial. Unser wahres Potenzial ist 95 Prozent höher, grösser, kräftiger, stärker als das, was unser Denken über unser Potenzial denkt. Du hast recht. Ja, man denkt über sein Potenzial, über sein Potenzial nachdenken. Das ist irgendwie komisch. Geht das? Geht gar nicht. Unser Denken ist ein Instrument wie eine Hand oder ein Fuß. Das Denken schöpft aus Erfahrungen von der Vergangenheit und wirft die meistens in die Zukunft. Das heißt, das Denken ist immer in einer Zeitdimension unterwegs. Kannst du mit deiner Hand darüber nachdenken, welches Potenzial das du hast? Eher nicht. Und mit dem Denken geht es auch nicht. Man kann es spüren. Man kann es fühlen. Man kann seine Kraft in sich erkennen, sie wahrnehmen. Je öfter und je mehr, dass wir das tun, desto höher wird unsere Frequenz. Das ist wie wenn du einen Schalter, einen Timmer hochdrehst. Je höher, dass du ihn drehst oder je weiter nach rechts, desto mehr Strom kommt in diesen Kreislauf. Und je stärker und heller wird das Licht. Und so ist es bei uns auch. Nimm dich wahr. Erkenne, was du wirklich bist. Du bist wahrlich groß. Wir alle sind das. Es geht darum, genau dieses zu erkennen. Und der dritte Punkt. Was glaubst du, was ist der dritte Punkt? Über den sehr, sehr viele Leute stolpern. Veränderungen nicht wahrhaben wollen. Es nicht wahrhaben wollen, dass sich die Dinge ändern, dass sie sich neu entwickeln, dass sich alles weiterentwickelt. Diese Blume war vor zwei Wochen oder vor einer Woche nicht da. Wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen, dass diese Wiese grün bleibt, ja, dann hätten wir jetzt ein Problem. Jetzt ist sie gelb. Also alles verändert sich. Veränderung ist ein Naturprinzip, ein Naturgesetz. Wir sind ebenfalls Veränderung. Lass Veränderung zu. Und wenn dir das jetzt nicht gefällt, was sich jetzt gerade in deinem Leben ändert, sag ja. Sag ja. Küsse sie. Küsse die Veränderung. Und nimm sie an, auch wenn sie nicht schmeckt. Kann ja sein. Schmeckt gut. Somit kommst du in deine Kraft. Du erkennst, du spürst, du wirst handlungsfähig. Du denkst groß über dich und die Welt. Du denkst groß über dich und die Menschen. Du nimmst Veränderungen wahr als laufender Prozess. Und der Fluss ist ein Naturprinzip. Und weisst du, was noch ein Naturprinzip ist? Der Überfluss. Von allem. Und genau den wünsche ich dir. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Pfiat dir derweil. Servus. Mach's gut.